Liebe Genossinnen und Genossen der SPD in Ackendorren, ich gratuliere euch ganz ganz herzlich zum 125-Jährigen-Bestehen. Eine stolze Zeit und ein Fest, das ihr euch wirklich verdient habt. Ich weiß, wie ihr vor Ort kämpft, wie ihr kämpfen könnt, wie erfolgreich ihr seid, wie ihr Nachwuchsarbeit betreibt und ich finde, das ist vorbildlich. Macht weiter so auf die nächsten 125.